grüß euch gut und ja ich kann nur sagen so viele menschen die mich auf meinem wege begleitet haben so viele freunde die mich einfach weiter gebracht haben und heute ist im bolligkeit ist die maria lichtness ich habe heute in der frühe schon ein neuer deal mit meinen ahnen ausgehandelt ein neues entlohnungs- und behandlungssystem für meinen lebensweg es ist einfach nur geil und die grüßigkeit der frühe oder eigentlich schon seit mit der nacht ein impuls nach dem anderen sei es im traum sei es im wachzustand sei es in begegnungen freunden bei der arbeit aber auch beim genuss und einfach nur eine form vom pc sitzend und dafür sage ich einfach danke danke an die danke an euch alle da draußen danke ans universum und ja das jahr geht es richtig los und im februar wird es spannend weil ich nehme meine cd auf als maniolo www maniolo.de ich werde aber auch zum ende des monats hin einen interessanten workshop warum lebe ich anbieten für die leute und für freunde die da noch diese fragen und spüre die diskrepanzen haben ja und alles dazwischen wird sehr fein und dieses jahr wird ein musikalisches jahr des tanzens lachungs trommeln auf dem boots hauen gas geben frei haben und auch frei zu sein auch da schon ein kleiner hinweis auf den 23 vierten denn wie friday in scherding zu dem ich dich euch alle auch schon sehr herzlich einlade und wo ich auch einen teil meiner cd dividieren werde und der joe kreisel ist dabei und so weiter aber es geht jetzt einfach darum noch ein danke zu sagen sogar du danke es ist unglaublich schön wie dankbarkeit das tor öffnet in einem bereich wo das leben völlig neue qualität und ja ich wünsche dir dankbarkeit und entspanntheit namaste machen es uns schön